Bhagavad Gita, Vers 2.11 Der Höchste Herr sagte, Während du gelehrte Worte sprichst, bedauerst du, was des Kummers nicht wert ist. Die Weisen klagen weder über die Lebenden noch um die Toten. Erklärung Der Herr nahm sofort die Position des Lehrers ein und strafte den Schüler, indem er ihn indirekt einen Dummkopf nannte. Der Herr sagte, Du sprichst wie ein Gelehrter, aber du weißt nicht, dass jemand, der wirklich gelehrt ist, der weiß, was Körper und was Seele ist, niemals um den Zustand des Körpers klagt, sei dieser nun lebendig oder tot. Wie in späteren Kapiteln noch deutlicher erklärt wird, bedeutet Wissen, die Materie, die spirituelle Natur und den Kontrollierenden dieser beiden zu kennen. Arjuna argumentierte, dass religiösen Prinzipien mehr Bedeutung beigemessen werden sollte als der Politik oder der Soziologie, aber er wusste nicht, dass Wissen über die Materie, die Seele und den Höchsten sogar noch wichtiger ist als religiöse Formeln. Und da es ihm an diesem Wissen mangelte, hätte er sich nicht als großer Gelehrter ausgeben sollen. Da er aber nun kein großer Gelehrter war, jammerte er um etwas, was des Klagens überhaupt nicht wert war. Der Körper wird geboren und ist dazu bestimmt, heute oder morgen zu vergehen. Daher ist der Körper nicht so wichtig wie die Seele. Wer dies weiß, ist wirklich gelehrt und für ihn gibt es keinen Grund zu klagen, gleichgültig, in welchem Zustand der materielle Körper sich auch befindet.